Rechtsanwaltskanzlei Viehmann, Ihre kompetente Fachanwältin für Familienrecht aus Regensburg. Mein Spezialgebiet befindet sich insbesondere im Eherecht, ganz gleich ob es um Scheidungen, Eheverträge, Trennungs- und Scheidungsfolgenvereinbarungen, Unterhalts- oder Sorgerechtsfragen geht. Außerdem bin ich Ihre Anlaufstelle für alle Themen rund um Testamente, Pflichtteile oder eine Erdengemeinschaft. Zudem erhalten Sie eine ehrliche Einschätzung Ihrer Situation und ich zeige Ihnen Ihre Handlungsalternativen auf. Vereinbaren Sie gerne einen Beratungstermin. Ich freue mich auf Sie!